Mittlerweile Tradition und so auch in diesem Jahr findet er wieder statt, der SKS Mountainbike Marathon in Sundernhagen. Wer trainieren möchte, kann die Strecke schon im Vorfeld einmal abfahren. Passiert man Allendorf, kommt man ein wenig später an den Ortseingang von Hagen, biegt hier rechts ab und schon hat man das Megasportzentrum erreicht. Leider spielt das Wetter am heutigen Tag nicht so recht mit. Was einen bei so einem Wetter auf der Strecke erwartet, das sieht man gleich hier. Bei meiner Ankunft ist das Gelände noch total verwaist. Doch es wird bestimmt noch ein paar Biker geben, die sich der heutigen Herausforderung stellen. Und für das eigentliche Mountainbike-Wochenende, 28.29.04. haben die Wetterpropheten auch schon Besserung angesagt. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020